Und jetzt kann es losgehen, das ist der Anstoß, die USA im Ballbesitz. Maximilian Eggestein. So wünschen wir uns das, frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Die Chance jetzt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Bradley. Christian Pulisic. Christian Pulisic. Den hält er völlig ohne Probleme. Vielleicht können sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf.